Ja, hi, willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Wir sind immer noch in dieser verfluchten Miene. Ja, wer hätte gedacht, dass wir drei Parts schon hier rumhocken? Was ist diese Erdbeeren? Ich weiß nicht. Lass mich raten. Ein riesiges Monster, das uns töten will und das Gebiet sieht schon so auffällig aus. Da wartet das Viech bestimmt schon auf uns. Ja, ich habe mich im Menü kurz geheilt, weil ich möchte leben und so. Und nein. Jetzt kommt ein Boss. Oh, da geht es noch weiter, oder? Wo geht das Fossil? Das ist definitiv der richtige Ort. Hat es ... gehalten? Hey, da oben. Mehr Spiritsfossilfragments. Der große ist da drin. Das klang irgendwie Professor Doktorisch. Ich wollte schon sagen, ich steuere es gerade, ich kann sie an verschwinden. So, ich würde mal gerne speichern, falls, was weiß ich, irgendwas passiert. Dann kann ich Wesen von hier aus weitermachen. Ich würde sagen, ich schläge irgendwie einen Blitz ein, während ich gerade aufnehme. Und dann bekomme ich super Kräfte, Zucker Kräfte, Zucker Kräfte kriege ich dann. Und ja, das wäre eigentlich geil. So, ich möchte mal mit einem Schlag fertig machen. Also, macht dich drauf gefasst. Verdammt, anders gereicht? Nein. Das hat aber, ich habe noch die drei gesehen. Oh. Äh. Ich glaube nicht, mal mehr mit der Spitze meines Daumes. Hier, rücken. Ah. Warte mal. Hey. Hier war ich doch. Warte, geh weg. Stinkst, du bist hässlich. Ah. Ach. Aber du bist bestimmt stolz drauf, ne? So, jetzt muss ich da rein. Ich muss da rein. Ich muss da rein. Nein. Wie kannst du es wagen? Mit der Luft im Stab folgen, die Fresse geklopft. Ich war ja immer noch auf so einen Rundumschlag. Ich dachte eigentlich, wir haben nichts getroffen. Irgendwie so ein Rundumschlag, wo sie hier... Nein, ich will auch geil hören. Geil. Wo sie einfach nur sich dreht und deren Stab dabei schwingt. Vielleicht ist es Zeit für ein Black Belt. Ja, einige Leute können bestimmt mit diesem Wissen jetzt mal anfangen. Und einige denken sich jetzt... Und einige andere denken sich... Was da spielst? Lol, was bist du ein Feiner? Und einige denken... Äh, 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 ich will auch mal zocken mit dir. Äh. Aber wir erst jetzt ist ja auch wahrscheinlich... Jetzt ist... Da muss ich mich der Realität stellen. So. Und noch ein Loch. Noch ein Loch. Erstmal hier faul hinsetzen. Faule Sitzposition eingenommen. Und zwar bei... Wir bekommen voll viel von ihnen die ganze Zeit auf. Und daraus schließe ich... Keine Ahnung. Ähm... Jetzt weiß ich schon wieder nicht, wo ich überhaupt nicht... Doch weiß ich. Hier geht's weiter. Okay. Das ist durch. Das ist durch. Wo muss ich lang? Ach hier. Oder? Ja. Wusste ich. Ich weiß immer, wo es lang geht. Monsternis. Das klingt nicht gut. Warum wollen wir dahin? Oh nein, es kommt ein Boss. Ich hätte gerne was zu essen genommen. Ich glaube, da geht's noch. Wir sollen zu zweit gegen einen Boss kämpfen. Ernsthaft. Mila, du unterstützt uns mit Zauber. Ja, klar. Hauptsache, von alleine setzst du diesen... Dings ein. Oh Gott. So. Danke. Boah, haut das ab. Ich halte es nicht aus. Mach das bitte nicht zu oft, okay? Leia, komm her. Du sollst hier nicht umkreisen. Komm her. Ich will dich halten. Boah, der ist schon gleich tot. Boah, ist ja schwach. Hat jemand geklaut? Verdammt, was hat er geklaut? Ja. Leia, komm mal her. Du sollst doch mal hier bleiben, Mann. Frau. Boah, im Vergleich zu den letzten Bossen ist er aber einfach. Nein. Oh Gott. Nein. Es war so klar. Ich hätte ihn ja nicht erledigen können. Nein. Nein. Nein, nicht ernsthaft. Sag, nein. Nein, das ist jetzt nicht wahr. Da, du verarscht mich. Nein, der macht das schon wieder. Ja, geh weg. Na, warte. Wie auch. Danke. Wie auch nur eine Sekunde oben geblieben ist. Und jetzt hätte ich schon wieder diesen... Ah, er hat die... Dieses Gericht jetzt 60% mehr galt. Das wäre, äh, keine Ahnung. Zu spät zum Rechnen. Nur kann ich auch mehr. Ich habe heute den ganzen Tag mit Zahlen zu tun, aber ich habe keinen Bock mehr. Irgendwann mit 3.600. Oh, ich sehe schon, was kommt. Ja, ich wusste es. Wir müssen nochmal gegen das Viech kämen. Ich habe sowas von gewusst. Das hat schon irgendwie so drauf aufgebaut. Na, 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 ich... Der war auch zu einfach. Oh, Mann. Okay. Erstmal Mila auf den neuesten Stand bringen. Ich habe es so gewusst. Hätte ich es mal gesagt, dann hätte man mir jetzt auch geglaubt, dass ich es gewusst hätte. Aber Luftspannung. Also, nein. Wenn es wäre, nein. Obwohl, vielleicht auch. Verringer die Erholungszeit nach einem Sprung um 50%. Illusionsangriff. Ja, okay, dann hier diesen Zauber. Mfp, genau. Oder wo war das? Hier. Nee, nicht bewegt. Ah, kann man... Wer noch genug Zeit haben, die auf bestimmte Weise hoch zu leveln. Obwohl, dann sollte ich vielleicht den Part nach dem Leveln hier beenden und den Bosskampf in einem anderen Part reinballern. Oder? Na, ich werde jetzt gleich noch mit den Fertigkeiten hier zu tun haben. Ja, dann muss ich auch noch leveln. Beweglichkeit. Ah, ja, Intelligenz. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Stärke. Ja, Intelligenz braucht sie sogar. Intelligenz. Intelligenz. Und... Ja. Vor allem noch Bild im Hintergrund ist ja richtig gut. So. Du Beweglichkeit. Ach, das kriegen wir sogar noch. Geil. Supi. Und... Sie hat auch Beweglichkeit. Was müsste sie denn? Na? 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 Vitalität. Mach mal so. Ja, Stärke wäre nicht schlecht im Moment. Und zack. So. Ausrüstung muss ich auch mal gucken. Hätte ich mal neu. Oh Gott, hat sie wenig. Ich hoffe, er ist nicht viel, viel stärker. Na, du kommst hier in Erdogan. Stimmt, er greift auch mit Erdogan. Fertigkeiten. Schade, ich hatte. Alle werden abgelegt und deswegen, weil sie ein bisschen schwächer. Zauberschutz, Erdschutz. Ja. Wer mir da rein. Keine Ahnung hier. Und... Was wir noch ausrüsten können, ja. Da kann ich ein paar gleich beenden. Ja, du nimmst es anstatt, dass hier Erdschutz rein. Und das möchte ich auch gerne haben. Äh, was haben wir denn hier? Aber hoffentlich gehen wir nochmal Erfahrungsmüter danach. Ja, tut man da. Und dann haben wir, glaube ich, noch Platz hierfür. So, und sie hat direkt 10 Meter. Herdschutz. Und wenn ich... Wie jetzt als Kat Allerdinger hier hat... Ja, noch irgendwas... Verzügend, wir hatten... Verdammt! Hätte ich mal Waffen für Siege gekauft. Aber sie haben alle voll. Stimmt ja, wegen dem Lager. Oh, da fällt mir rein. P-Angriff und A-Angriff. P-Angriff, A-Angriff, 5 Prozent, nein. Ja, Angriff nutzt mir nicht viel. Verteidigung, A-Verteidigung. Ja, was soll's hier? Kartoffelsalat! Vor dem Bosskampf. Und dann würde ich sagen... ...den Boss knöpfen wir uns im nächsten Part vor. Mein Name ist Danilo LP und ich verabschiede mich. Und wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss! Tschüss! Aus-Bas. 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 Untertitelung des ZDF, 2020